Luft besteht aus 78,084% Stickstoff, 20,942% Sauerstoff, dann 0,943% Argon, dann haben wir 0,038% das ganz ganz böse von unseren Politikern und Medien dargestellte Kohlendioxid, das CO2 und dann haben wir nochmal 0,002% andere Edelgase und Spurenstoffe. Also von diesen 0,038% CO2 produziert die Natur selbst 96%, den Rest, also 4% produziert der Mensch. Ohne CO2 gibt es kein Leben, denn Pflanzen erzeugen aus Licht, Wasser und CO2 Sauerstoff, das nennt sich Photosynthese. Mehr CO2 würde also nur bedeuten, dass die Erde grüner wird. Wenn der Mensch überhaupt Einfluss auf das Klima hat, dann durch die immer schnellere Zerstörung der letzten Urwälder, durch die Zerstörung unserer eigenen CO2 in Sauerstoff umwandelnden Wälder, für die Errichtung nicht recycelbarer Vögel und Insekten schreddernder Windräder, das wollen die Grünen wahrscheinlich gerade gar nicht hören, durch die Vergiftung und Vermüllung der Meere, durch die wenigen Supertanker, die mehr Dreck in die Ozeane und in die Luft pumpen als alle Autos der Welt zusammen. Das möchte sicherlich der Habeck nicht so gerne hören, weil er ja jetzt gerade auf diese Art von Energieversorgung auch mitsetzt. Dann natürlich durch Großkonzerne, die für Profite das biologische Gleichgewicht der Welt zerstören und den trockensten Ländern der Erde auch noch das Grundwasser abpumpen. Das möchte wieder Nestlé nicht gerne hören, die ja in Afrika die Brunnen aufgekauft haben und da auch natürlich sehr stark in der Kritik stehen und dann gerne vielleicht auch das Wasser privatisieren wollen. Weiterhin durch Fracking, durch die profitorientierte Wegwerfindustrie, die nur noch Produkte mit eingebautem Verfallsdatum herstellt. Also man findet das unter dem Begriff geplante Obsoleszenz, um die Kunden zu zwingen, sich ständig etwas Neues zu kaufen. Durch den Verpackungswahnsinn und die dadurch erzeugte Plastikmüllflut, durch die Recyclinglüge, für die wir westlichen Länder zwar penibelst unseren Müll trennen, der dann aber nach Asien verfrachtet und dort ins Müll gekippt wird. Kurz gesagt, wenn wir aktiven Umweltschutz von denen verlangen würden, die für all das verantwortlich sind, dann wäre ich ganz bei euch. Aber das Klimamärchen, das uns erzählt wird, stimmt nicht. Denn der Weltklimarat hatte von Anfang an nur den Auftrag nachzuweisen, dass der Mensch am Klimawandel schuld ist. So steht es in seiner Gründungsakte. Und das lässt ja der Name auch schon vermuten. Du gehörst an dem Intergovernmental Panel on Climate Change an. Was sollst du also bitte erforschen? Es ging dabei niemals um Wissenschaft, denn Wissenschaft ist ergebnisoffen, sondern nur darum, die von einer politischen Agenda gewünschten Aussagen pseudowissenschaftlich zu belegen und alle anderen Meinungen und Forschungsergebnisse zu diskreditieren. Nachtrag, der Mensch ist nicht in der Lage, CO2 zu erzeugen. CO2 ist wie Wasser. Es ist immer im Fluss. Wird CO2 freigesetzt, kann man an dieser Stelle und in diesem Moment einen erhöhten CO2-Wert messen. Aber die Natur absorbiert jedes überschüssige CO2, in dem die Pflanzen besser wachsen. Deswegen wird auch in Gewächshäusern ganz gezielt CO2 geblasen. Die einzige Möglichkeit, den CO2-Gehalt auf der Erde nachhaltig zu erhöhen, besteht darin, und jetzt kommt nämlich genau das, was unsere Politiker eben gerade tun, die Natur so weit wie möglich abzutöten. Die grüne Klimawandelpolitik sieht nun vor, 2% der Landesfläche Deutschlands für Windkraftanlagen zu nutzen. Das entspricht der Fläche von einer Million Fußballfeldern. Diese 2% sind Waldgebiete, die abgeholzt werden, um Insekten und Vögel schreddernde und für Mensch und Tier ungesunde Windräder aufzustellen. Pro Windrad werden mindestens 500 Quadratmeter Boden versiegelt. Auf diesem Boden wird niemals wieder ein Baum wachsen. Der abgeholzte Bereich für Zufahrten und so weiter beträgt ein Vielfaches davon. Gerodeter Wald kann kein CO2 in Sauerstoff umwandeln. Und gerodetes und versiegeltes Land sorgt für eine Erhitzung der Luft. Das weiß jeder, der ab und zu im Wald spazieren geht. Ergo, die grüne Klimawandelpolitik ist das genaue Gegenteil von dem, was sie vorgibt zu sein. Das Klimamärchen dient einzig und allein der Legitimation der gegen die Menschheit und das Leben gerichteten Maßnahmen.